Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Dienstag, den 22. Dezember. Oskar und Lotte kennen nur das schöne Leben, sagt Felicia Luckert. Sie ist die Vorsitzende des Kinder- und Tierschutzhofs Harnberg in der Gemeinde Landesbergen. Der Tierschutzverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftigen Tieren im In- und Ausland zu helfen. Doch jetzt braucht Felicia Luckert selbst Hilfe, denn Oskar und Lotte sind zum Problem geworden. Die beiden Rinder hat der Verein vorm Schlachter bewahrt, als sie noch Kälber waren. Doch im Februar werden Lotte und Oskar zwei Jahre alt und aus den niedlichen Kälbchen sind uns stattliche Rinder geworden, die auf einen Gnadenhof sollen. In einem festlichen Rahmen wurden jetzt beim Gewerbeverein Liebenau die Hauptpreisträger der traditionellen Weihnachtsverlosung ermittelt. Über den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, freute sich Reinhard Bösch aus Maglohe. Jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro erhielten Marcel Meier aus Wellje, Gerd Hauser und Christa Meier aus Liebenau sowie Ingrid Windhorst aus Pennickseel. Zum Sport Die Generalprobe der Latein-Tanz-Formation vom 1. TSZ Nienburg verlief für Trainer Rainer Bormann zufriedenstellend. Auch nach dem Aufstieg tanzt die Formation weiter zur Musik It's a Beautiful Day von Michael Bublé. Den Klostercup gewann der heimische Fußballkreisligist TSV Lokum um Torjäger Oskar Oschek im Finale mit 4 zu 0 gegen den Stadtrivalen vom VfL München-Hagen. Aushilfskeeper Jens Brunschön vom RSV Rehburg wurde zum besten Torhüter gewählt. Am 17. Januar steigt der erste Volkslauf im Kreis Nienburg. Falls es wieder erwarten, bis dahin noch schneien sollte, wird es beim Krähenkross der Holthorfer SV auch wieder eine Läupe für Skilangläufer geben. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.